Und noch mal 40 Daffer Ok, ich komme jetzt auf den letzten Turm, wo noch was sein kann Wo ich die Munition raushauen kann Antibiotik Ja? Nice Ich hab immer diese scheiß Impfblitzen hier Und und und, hey nice Gar nichts Ja nix, nein, gar nix Drei Schuss habe ich für die Waffe noch Was kann man mit drei Schuss anfangen? Los go Ja, einfach in die Luft Wenn du kurz vor dem Stern bist, geht das immer Soll ich euch sagen, was Gutes bitte Wasser, bei dem Hambi Nur Wasser Alter, die Pistole tritt So, das war auch mit der Fall 7 Wahrscheinlich verrecklich gleich Nicht mit mir Leute Nicht mit mir Ha! Könnt mich mal Na, weil wieder Zombies auch ankamen Mir nichts, dir nichts Ok, ich hab eine Idee Ich hab mit zwei Schuss Bis jetzt hat keiner getroffen Ich sprint einfach gleich los Alter, die ist präzis Gogo, go, 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 go Oh, 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 oh Nein, we08 ist nie wieder schön Nein, ich muss ja irgendwie zu einem Selbstumkampf Wo bist du überhaupt? Ey, wo bist du überhaupt? Weiß, weiß ich Ah, du bist beim Ridge Bay Harper, ne? Vielleicht laufe ich da auch nochmal einen Junge, ich bin auf jemandem zCO Achso. Weil der andere war geschlossen, hätte ich. Du warst einfach nur ne Duel Commentary. Nicht kein Together. Einfach nur ne Duel Commentary. Schießende Schüsse. Oh mein Gott, wenn ich dich abschieße, bist du tot! Das ist auch immer so ein geiler Netz. So, wie viele Kills hatte ich? Mit dem? Acht? Acht? Quatsch, 300? 385. 385. Hatte ich. Jetzt hast du wahrscheinlich 500 noch. Das könntest du sogar hin. Nein, ich habe keine 200 Kills gemacht. Bissens 20. Aber 20 alleine wären schon nice. Ich bin glücklich, wenn ich da ankomme. Aber ganz ehrlich, so viel, wie ich da gewollert habe, glaube ich haben die Leute Schüsse, da hinzukommen. Oh, das wird ihnen immer scheißegal sein. Bei so vielen Schüssen, glaub mir. Da wird ich noch nicht mal freiwillig hingehen. Mit ner Flashlight. Mit ner Flashlight. Ich teleportier mich einfach gleich nach vorne. Also, ich nehme einfach, ähm, ich gehe jetzt also aus dem Server raus. Erstmal, nur zur Sicherheit, vielleicht, äh, es ist genau, warte, warte, zwölf. Es ist genau neun. Null Uhr neun. 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 Ich weiß nicht, ob ihr mal an der Maus ziehen könnt. Ich weiß nicht, ob ich das einggestellt haben oder ausgestellt habe. oh Just Connecting Zone steht dass heute ungefähr eine Minus. so wir sehen uns also gleich wahrscheinlich wieder kann sein dass es mitten in der aufnahme sein wird aber ich werde schon zurecht schneiden bis gleich da bin ich wieder ja auch ganz toll das ist das Wandel ich hab nur einmal 4 Prozent wenn es doch die Spitze wenigstens der kommt hier nicht raus Alter ja ich bin jetzt als Allgefächt ich bin komplett am Arsch ich esse trink meinen ganzen Rest jetzt mach ich einfach mal wieder so was willst du mich verarschen warum packen die Herren Autor hin wenn man da nichts erreichen kann wenn man da nicht erreichen kann ja es geht in der in der in der in der in der ich bin ein bisschen durchgegeben das ist sauer das ist gar Ziel 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 3 5 Arsch. Ne, ich hab komm auf den Gelegentlichen von dir. Weiß deine Mutter überhaupt, dass du hier bleibst, heute noch? Hast du gesagt, du bist Sonntag hier? Na ja, Sonntag klappt nicht. Nö! Ich kann nix machen und hier ist noch ein Zombie. Halt mal die Fresse. Das ist nicht so witzig. André und ich sind jetzt auf dem gleichen Server, das bringt doch zu Charles. André ist nämlich in der Bola City. Ich hab hier keine Monizierer für Warten. Ich könnte da jetzt noch rüberlaufen, aber ich will jetzt noch meine Wochen. Ich hab keine Schlagwaffe, ich hab gar nix. Yeah. Wenn nur da bleibst, könnte ich rüberkommen und die Enteckte verschicken. Messer. Gehen. Na komm, ich bin ganz außen. Das ist cool. Da hast du die Hoffnung. Um die Stadt rumgehen. Welche bist du? André ist Best vielleicht? Ich weiß nicht. Ich hab 440 Kills gemacht. Hä? 443 Kills gemacht. 443 Kills. Oder nicht? So. Ja, stets nicht, 700. Ich hatte 300 Kills. 300 Kills gemacht. Ja, 400 Kills. Ja, 400 Kills. Das hast du aber nicht gemacht. Mit den Schlüssen. Ich hatte 60 Schuss. Ja. So viel. Hast du ungefähr getötetet. 30 habe ich Minimum getötetet. Und dann hatte ich noch die 5-7. Aber du hast gesagt, du hast 400 getötet. 90% getötet hat. Was? Nein. Insgesamt. Ja, das hast du ja nicht gesagt. Insgesamt. Ja, mhm. Ich hab doch... Ich töte doch keine 400. Das ist ein Quatsch. Insgesamt. Und mit dem kompletten Charakter habe ich jetzt um die 400. Mir fehlen auch nur noch paar, äh... Also, ich bin auf dem Auto. Ich geb dir's. Viel Spaß. Das wird jetzt ein einzig Commentary für die nächsten 2 Sekunden. André ist nämlich eine scheiß Stadt. Was soll ich da noch rein? Ach, da ist irgendwas. Scheiße. Da ist trinken! Tut mir leid, wenn ich ab und zu, oder wenn André ab und zu, ähm, entweder leise ist oder wir schreien so derbe in das Mikrofon rein. Ähm, Andres Mikrofon hatte nicht mit. A und B, äh, das ist voll scheiße. Äh, und daraus folgt dann immer, dass... Am Anfang haben wir's irgendwie hingekriegt, aber ab da ging's dann irgendwie nicht mehr. Das hat dann auch gar nichts mehr funktioniert. Das wird ziemlich scheiße. Kannst du uns für die Listen, das ist gut. Hier war auf jeden Fall einer, das gefällt mir nicht. Ich muss irgendwie an dem vorbei. Ohne, dass sie mich gleich angreifen und zerfleischend rein. Hm. Das ist da. Wie geht? Das lebe ich immer noch? Du Scheiße. Mach, mach. Du hast ja noch Antibiotika, warum benutzt die Scheiße nicht? Doch, nicht mehr. Was? Wie jetzt? Hast du Antibiotika, ne? Wenn du verreckst? Nehmen wir das. Hm? Was bringt mir das? Na, du so hast, wenn ich sie noch bessere Chance nenne, wie zwei Meter weiter zu laufen. Ja. Ne, aber die Sprintenergie ist immer noch nicht aufgenommen. Guck, mein Trinken geht nicht weg. Das geht nicht runter. Was hast du nur getroffen? Es geht nicht runter dir. Ich hab Angst auf meine Reaktion, was ich dann mache. Ich hab Angst auf meine Reaktion, was ich dann mache. Ja, ja, ganz genau, das ist meine Reaktion, sobald ich ein Seel. Weißt du? Also A werde ich ihn erstmal anziehen, dann werde ich merken, was soll ich machen? Soll ich schießen? Soll ich nicht schießen? Soll ich nicht schießen? Soll ich schießen? Das hab ich gelernt. Immer schießen, wenn man. Ist das ein Barrikado? Das ist ja. Na, Barrikado heißt aber Spieler. Spieler heißt Zombies. Stell' mal vor, ich krieg jetzt Damage. Weil ich den Berg hochgelaufen darf. Alles klar. Ich sprinte da jetzt runter. Das wären wir nicht die beste Idee, hier hochzulaufen. Ach, du musst auch nicht viel besser. Du bist da halbtot an dem Auto dran. Auch mit dem Auto, ja. Wow. Tut mir leid. Tut mir leid. Du warst zurück. Liest du das auch? Oh mein Gott. Ich halte die Kresse. Es gibt dumme Leute. Ja, es gibt dich. Das hat nichts anderes. Guck mal, ich mach das wie bei, äh, hier. Dominik. Ach, demolition. Fremdlich. Ich kenn das echt, ne? Cool. Er dreht sich einfach, ohne irgendwie ein Muskel zu bewegen. Er dreht sich einfach auf den Boden. Ich hab die Power. Das ist so, Michael Jackson hatte seinen Moonwalk. Wir sind besser. Wir können uns einfach auf den Punkt drehen, während wir liegen. Wenn man geht denn das bitte? Wissen. Schau mal. Und wenn das Zeug ist, was du auswählen kannst? Minus ein Schuss. Nice. Der, 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 der Schuss. Hier, guck. Ja, ich weiß. Das ist die Spritze. Hast du noch ne Spritze, oder? Ja. Das ist Glück von dem Dreck von mir. Und ich bin. Ja. Schlimmste ist, wenn du infiziert bist, äh, machst du auch so ein Zombie-Geräusch. Ja? Ja. Das ist schrecklich, vor allem, wenn du dann einen kompletten roten Wäscher hast. Dann läufst du grad weg, vorzum ist. Du hast dir eigentlich abgehängt. Aber dann hörst du drauf an so einem Bier. So wie das vorhin war, dann wurde ein Bitcher komplett rot war. Ne, hast du da auch noch gesehen? Hm. So war das bei dieser Scheiß, äh, Ranch. Na, ich hatte 1,0, nein, ich hatte 0% Leben, ne. Hab mich schnell ausgelockt, wenn mich erst mal spielen kann, hab mich eine Stunde später wieder eingelockt. So. Bin sofort gestorben. Ich war da stand noch nicht wieso. Nicht durch Zombiel oder nicht durch Spieler. Oh, schlecht. Oh, schlecht. Kann ich hier runter ohne zu sterben? Du magst das Geräusch einer leeren Pistole, ne? Ja, ich hab hier so. Ja, ich hab hier so. Ich hab hier so, äääh, ääh, ääh. Die ganze Zeit hab ich sehen kann. Die ganzen sind wieder Zombies. Wie spät sind das überhaupt? 22. Ach, 22. Boah! Alter! Nicht real life, das trassiert kein... Der Ziffer geht viel zu schnell mit dem McBee. Wie spät? Halb zwei. Ein Ziffer? Eine Stunde schon. Geh da hin, der ist ein Bappel. Kruger ist dabei. Ich hab die Hefte meines Lebens, eine Scar Edge, eine Sixth Hour, zwei Tactical Knives und einen Woodfield Barricade. Kruger. Kruger. Mit dir stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Vielleicht kriegst ein Schott mit Bar. Ja, das... Ja, los, los, los. Sobald ich mich bewege, komm ich jetzt direkt zum Zombies wieder an. Ich bleib auch einfach stehen jetzt, ne? Mitten auf dem Auto. Du hast erstmal eine Sixth Hour gefunden. Das Visier ist voll geil. Endlich mal... ... ... ... ... ... ... ... ... ...